moin moin und willkommen zurück zu lost in random und wir können jetzt mit unseren dice der hat nämlich jetzt drei punkte können wir den würfel schmeißen aber es gibt ja noch ein paar aufträge und ich will überlegen ob wir die noch machen sollen zumindest gab es ja diesen müssen wir doch so ein paar schreier finden oder wie die heißen diese bloops was die frage wo wir die finden können er will die auf jeden fall haben wir haben bis jetzt nur zwei gefunden er braucht drei die müssen wir gucken ob wir noch woanders was finden hier da war er schon hier sind wir gekommen da ist der kaputte mond da müssen wir nicht längst aber irgendwo würde ich schon ganz gern wissen wo diese letzten sind oder haben wir jetzt automatisch alle gefunden die haben glaube ich nicht noch nicht alle drei auch alle drei ich würde mir ganz gern sehen was passiert wenn wir den einen das geben und anderen nicht interessieren ich habe ich gerade einen blub gehört aber wo hat er geschrien ist die frage ist keiner was der leiterregel mit einem woher oben hier oben vielleicht das kann gut sein also hat man hat unten gesehen dass da ein blub geschrien hat wahrscheinlich sitzt er hier oben ja guck mal sitzt doch schon einer ich werde dich jetzt aufheben doch echt mal hässlich die dinge oder gut der vielleicht nutzlose kreaturen ganz random jedenfalls wollen uns die machthaber weiß machen brauchen wir müssen noch den dritten finden ok ich finde mir ja auch noch mal da drüben vielleicht von da sind wir gekommen ne kann ich mich daran erinnern aber vielleicht haben diese kleinen zwerge da drüben den gesehen wollen wir mit dem reden wir fragen mal nach nöschön schon klar ihr seid zwillinge dass wir die Spaß! Bitte entschuldigen Sie uns. Wir müssen darüber sprechen. Sorry. Oh, Kug-Doyce-Kostüm. Hör dich! Hör dich! Hör dich! Hör dich! Hör dich! Hör dich! Nicht derjenige. Du... Hör dich! Hör dich! Hör dich! Ein Wort? Das ist interessant. Ich habe noch nie in Worten gehandelt. Das könnte ein ganz neues Markt sein. Was ist das Wort? Oh, das ist ein schönes Wort. Objektiv. Ich möchte ein Objektiv, bitte. Ja. Es ist ein gutes Wort. Und das bedeutet, es hat Wert. Alles mit Wert, kann ich bezahlen. Oh, das wird großartig sein. Lass mich für diese Worte kompensieren, indem ich dir einen Gubbelgregor geben. Ach, guck mal. Ein Gubbelgregor. Sehr futuristisch. Hör dich, nicht zu wissen, was ein Gubbelgregor ist. Hilarious. Du bist alles gut, Kind. Gutes Gefühl. Hier ist der Gubbelgregor. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Wir wissen alle, was dann passiert. Oh, großartig, Kind. Das Gute, dass wir den haben, weil den können wir mit dem anderen wieder behandeln. Ein Gubbelgregor. Mit diesem Baby können wir alles Gubbelgregor. Man könnte es in der Händlerstraße aber auch gegen etwas Wertvolles eintauschen. Das machen wir noch. Hier ist noch einer. Der dritte. Okay, kleiner. Rein da. So, jetzt haben wir alle drei. Ja. So, jetzt gehen wir zurück. Guck mal, wir können in der Händlerstraße auch irgendwas machen mit dem. Mein Stock ist zweit so gut als die Wettbewerbe. Und sie haben letztens ihren Stock zweit so gut gemacht. Also, mein ist zweit so gut. Das ist gut. Cool. Das ist nur ein kleiner. Einer Goldsegen für uns. Aber okay. Aber der Gubbelgregor, wer war denn, dass der das haben wollte? Wir wollen ja zur Händlerstraße, dann gehen wir hier mal längs. War er das? Nein, nein. Nein, nein. Wo war das denn nochmal? Wer war denn das nochmal, der diesen Gubbelgregor haben wollte? Was ist das? Hier habe ich Worte. Worte Worte. Pluriofile. Das bedeutet, Lover, ich habe bereits mit dir gehandelt. Ich bin gut für Worte. Aber danke. Generell. Ablubescence. Wer will ein Bio-Worte? Ich habe Pluriofile. Das bedeutet, dass ich mit dem Getränkehändler bin. Das bedeutet, dass die Leute in der Hände bleiben wollen. Jetzt müssen wir überlegen, welchen von beiden wir denn wahrscheinlich zum Überleben haben wollen. Gucken wir mal. Du hast die Ingredienz. Brilliant. Das ist alles, was ich brauche. Aber bitte, pass sie auf. Erinnern, du sagst, dass du sie mir geben würdest. Ich gebe ihnen die einfach mal, egal. Danke. Oh, danke. Oh, ich habe nur mit uns zusammen und dann gehst. Ich fühle mich... ... strange... Oh, das ist intensiv. Das ist nur mir! Das ist nur mir, für den ersten Mal. Das ist nur mir! Danke. Danke. Ich schaffe mich etwas in exchange für alles das. Das ist meine Partner, die Person zu sein. Oh Gott. So, alles für zwei Seiten. Natalias Glocke. Beschwöre eine Heilglocke, die die Würfelspielerin heilt, wenn sie in der Nähe ist. Der Zauber hält 60 Sekunden an. Das ist natürlich ganz... Das ist ein richtig geiler Zauber. Aber er das nicht, der einen Gobblegragger haben wollte? Ich weiß es nicht mehr. Naja, ist es nicht. Ja, da hinten vielleicht? Also einer von denen war es doch hier. Ist er schon drin? Ja. Dann war es in der Händlerstraße. Wir rennen nochmal zur Händlerstraße zurück und gucken, ob wir das da nicht bekommen. Beziehungsweise dann abgeben können. Und ihm hier? Okay. Das machen wir noch, bevor wir in die Dreistadt gehen. Obwohl das ziemlich cool ist, Dreistadt, ne? So. Den haben wir gehandelt. Ich habe so viele Wörter, Kind. Ich habe einen Zauber auf den Comic-Grad. Ich muss alle nochmal angucken, hier. Der war es nicht. Die Zwilling waren, als ob ich definitiv nicht. Der auch. Ha. Hab einen schönen... Ja, okay. Da habe ich nur günstiges Essen. Er hat das mit dem Gobblegragger. Krieg einen? Krieg einen frei! Das sind zwei Wörter für den Preis. Von ihm haben wir den Gobblegragger bekommen. Der wird definitiv jetzt nicht haben. Hey, Kade! Du willst einen Crash-Pay-Tweig? Held auf, Crash-Pay-Tweigs! Ich weiß leider nicht mehr, wer das war. Ich habe schon mit dir gehandelt. Ich habe es mit dir gehandelt. Danke nochmals, bei der Wörter. Ich freue mich, den Gobblegragger. Und ich denke noch... Ja, okay. Er fände es noch zum Todlachen, was ich nicht weiß, was ich denn machen soll. Das ist doch... Das ist doch... Das ist doch irgendwie so eine Hi-O-Pay hier. Ich... Das ist dann hier, wie das war. Das ist doch blöd. Schrault, get your fresh Schrault! Straight out of the tube! That's dinner for two! Ja, da hoch. Das ist ein spippig, nice costume, Kade. Mein Grandeur, hast du mich nicht mehr? Also, wenn ich den nicht finde, dann lassen wir das, ne? Aber... Wo nicht, ich glaube, da hinten ist er. Der ist das bestimmt, ne? Ja. Please, trade the Gobblegragger to me! Endlich! Little Joe, genau der war das. Kriegst du hier! Ah, forget it, it's not important. Aber das muss doch sein, das rarste Ding in all of Two-Town. Danke, Kade. Geh jetzt zu Lisbeth zurück. Ein toter, vierseitiger Würfel. Ein alter, sehr langer Zeit toter Würfel, der bei der Säuerung der kleinen Würfelkriegs gestört wurde. Das dürfte Lisbeth interessieren. Ich kann auch mit ihm reden hier. Warum? Und warum hat er da auch immer dieses Fragezeichen? Kann ich's machen. Okay. Aber Lisbeth war doch oben in zwei Stadte, wenn ich jetzt verkehrt. War die nicht oben? Die war oben. Ah, die war oben. Kann man die eigentlich auf der Karte sehen hier, wenn man die Karte aufmacht, dass man da irgendwie die Leute sehen kann, wer wo ist? Ne, schade eigentlich. Okay. Na gut. Hey, hier ist ein free Sample. Halcyon. Das bedeutet, dass ich glücklich bin. Lisbeth war doch oben, ne? Ich hab einen Dürbem verstanden, einen Schädel, der dich interessieren könnte. Das ist Lisbeth, okay. Die Karte machen sich selbst. Das ist ein Dürbem. Das ist ein Dürbem. Oh, eher. Das war ein Dürbem. Hast du ihn etwa umgebracht? Dachte du, ich finde keinen. Du sagst, das ist von einer Belohnung. Ja, ja. Dankeschön. Das ist ein bisschen, ja. Aber bevor ich dir diese Karte gebe, ich möchte... Ich möchte dir bedanken, Kind. Warum? Es hat so lange, seit ich einen Dice gesehen habe. Selbst einen, der so tot ist, wie das. Tja. Das alarmt dich, oder? Ja, Dice kann sterben. Wir haben das in der No-Dice-Ware gefunden. Dafür habe ich keine Zeit. Aber keine Angst, dein Geheimnis ist sicher mit mir. Wie bei diesem kurzen Dice, werde ich ihn zurückziehen, wo er gehört hat, dem geheimnisvollen Dice. Ja, Dice, bevor du, wo ich weiter gehst, da war ich schon. Ich habe das so viel erwartet. Es gibt einige von uns, die die alten Wälder, Kind. Wir müssen schlafen, und wir müssen silent bleiben. Aber wir existen. Der Wallye ist hidden, weit unter Rande und weit aus den Königern Augen. Es ist ein Kript, ein Land der Morden, fürbidden zu allen, aber wenn du dich erinnern kannst, ich wager, du wirst nicht komplett wissen, was du mit reisen gehst. Ich reise mit einem Freund. Ich bin glücklich, dass du es hörst. Ich hoffe, dass du es bist. Goodbye, Kind. Geh dir vor und random Regeln. Willst du eine Karte kriegen? Belohnung, Münzen. Was ist hier denn? Da können wir irgendwas machen. Nee. Gut. Jetzt können wir den Würfel würfeln, um endlich mal da reinzukommen. Nee, so kommen wir hier nicht durch. Das ist doch verrückt. Kommen wir hier nur durch? Komisch, ne? Na gut, würfeln wir den Würfel und gucken, was passiert. Bäm. Los geht's. Da ist er. Die Frau war ein langer Weg von Hause, um zu entkommen, um das Land der drei. Wer wusste, was Erinnerungen dort erwartet haben? Die Antwort ist mir. Ich bin der Narrator. Aber auch in der Erde, das Erinnerung war gerade begonnen. Bin gespannt, was da so auf uns zukommt. Er war immer noch da draußen, irgendwo, in einem gewissen Fall verloren. Würfel Energie auslösen. Oh, wir haben wieder einen Traum. immer größer der würfel aber nicht schnell wegen gott ich kann nicht mehr tragen gleich zusammen die last unter den würfel schwer gleich bin ich platt jetzt wache ich auf was für ein albtraum was für ein albtraum oh da nicht das kann man da Never! Never touch it again! Natürlich! Du könntest niemals etwas, was ich gebaut habe. Niemand könnte. Aber du könntest mich nicht zufrieden. Und du möchtest das nie tun. Anyway, vergiss es! Weil ich etwas für dich habe. Etwas spezielles. Nein, du kannst nichts haben. Aber du kannst es verdienen. Geh auf, versuch es. Ich habe es nur für dich gemacht. Zwei-Stadt. In der Zwei-Stadt hat jeder zwei Persönlichkeiten. Tag für Tag bestimmte Würfe der Königin, in welcher die Nominante ist. Ah, guck mal. Erstmal eine schöne Runde gepennt in Drei-Stadt. Zwei-Stadt war einer der Königs-Royal-Spider. Der Kind, der sie auf dem Weg weggebracht hat. Auf dieser verrückten Nacht waren sie die Kollektoren von Kindern, die werden Sechsler geworden. Komm schon, Dicey! Wir können es nicht wegwerfen lassen! Hör auf, sie ist in unseren Augen. Nicht heute, Spiderman! Was ist da drin, irgendwie? Gehen wir ein bisschen hinterher und gucken, was passiert. Ist neblig hier. Nicht so viel. Aber da oben gibt es Geld auf jeden Fall. Das habe ich gesehen. So. Da ist der Geist wieder. Warte doch mal auf mich, du kleines Geist-Symbol. Bist ganz schön hinterhältig. Ein hinterhältiger Geist. Gibt es sowas? Ja, gibt es bestimmt, ne? Oh. Ei, ei, ei. Was sind das für riesen Kreaturen da links und rechts, ne? Fette Roboter! Was meinst du, du sahst größer? Hm. Was runtergefallen? Sind wir links? Hey, auf jeden Fall können wir hier ein bisschen Kohle einsammeln. Was ja auch nicht immer verkehrt ist. Dann können wir auf jeden Fall noch ein paar Karten kaufen. Die brauchen wir definitiv noch. Also ein paar coolere Karten. Auf jeden Fall 3er-Karten können wir denn kaufen. Gucken wir dann wieder neue zu. Wir brauchen ja auch 3er-Karten, weil wir denn jetzt ja auch ein 3er-Würfel würfeln können. Also, Icy kann mit 3 anzeigen, das ist doch schon ziemlich gut. Das ist schon mal wie die Musik von Star Wars hier. Wenn man da richtig... Hier geht es nicht längst, aber hier geht es rüber. Komm und spring. Okay. Was passiert hier? Wir gehen mal hin. Geht da rein? Okay. Ich weiß immer, dass ich ein 6er war. Ich weiß. Ich weiß. Ich mache all sorts of important work für die Queen. Während Bernard moppte den Boden. Hey, wo ist Bernie? Bernhard ist weg. Okay. 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 Das ist ja mal eine Wendung hier jetzt irgendwie. Warum sind die da oben überhaupt drin? Die Spiders. Das scheint unmöglich, wenn wir in den Moment kommen. Oh, aber vielleicht weiß Bernie, wie sie ihre Schwester zu bekommen. Auch wenn... Komm schon, wir müssen ihn finden. Oh, ja, ja. Die Zeit war von der Essenz. Ich war trotzdem. Okay. Dann lass uns das mal angehen. Und zwar beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Hoffe ihr seid beim nächsten Mal dabei. Und bis dahin. Tschüss. Tschüss.